du musst da hoch. folgt den spinnen. warum spinnen? warum nicht schmetterling? das war so geil oh jetzt hat er die lamp weg gesteckt ja wie gesagt mal gucken also ich hatte das eigentlich geplant das ist die planung das ist die idee das mal so zu machen mit dem jörg zusammen und mit dem malte zusammen mit dem malte jansen grund dafür ist wenn ich mit dem einen oder mit dem anderen red habe ich immer spaß und beide zusammen ich glaube ich werde gar nicht zum spiel kommen so in der richtung also ich glaube das kann sehr sehr lustig werden das ganze und mit denen plane ich eigentlich auch dann mal gucken eventuell muss man mal gucken krieg im norden zu machen hätte wenige krieg im norden genau aus dem gleichen grund weil da müssen es ja drei leute sein und das stelle ich mir sehr lustig vor ich weiß nicht mit wie vielen leuten kann man das denn gleichzeitig spielen müssen das drei oder mehr sein da fällt einfach mal das skelett runter ja da wird ein lämpchen raus wir treiben die die spinnenphobie schon aus das glaubt das kann man mit ihnen austreiben mit hypnose und jetzt habe ich angst vor schlangen ja gut die kommen ja hier nicht vor alles gut und lego spinnen trotzdem alles was mehr als mit vier spielern sogar spielen ach guck mal an kann ja der theoretisch könnte auch mitmachen ich habe das spiel aber nicht gut das kostet ja nicht mehr viel und das wurde ja schon durch diverse patches erweitert und so weiter also klar also ich weiß nicht mal gucken ich will da jetzt noch nichts versprechen wann ich da was mit wem wie mach wir müssen das jetzt alles sind da oben so gut kommen wir nun zum highlight bitte nicht also es kann auch lego sein das ist mir voll egal es ist trotzdem ekelhaft doch vor allem warum ist da jetzt gollum dabei das macht keine ahnung eigentlich wollte den ja eine volle locken oder ja ja warum bist du vorne ich glaube das geht bei so rennpassagen immer am besten zu erreichen baumelf wird da hast du recht nur eine tote spinne ist eine gute spinne danke willkommen im klub doch wie viel ich gucke immer wieder in meinen youtube postfach natürlich je nachdem wann du mir da was geschrieben hast ich verantworte da eigentlich immer drauf jetzt wurde er gar nicht in das netz eingewogen das kann natürlich auch seine reviews schreibt mir einfach nochmal und dann kommt es vielleicht diesmal an also ich weiß youtube ist ja immer wieder am arbeiten und dann verschicken sie irgendwas nicht und was weiß ich was da so für sachen sind vielleicht vielleicht knacken wir noch die million das wäre natürlich geil die werden dann direkt auf unser bankkonto genau die 40 haben wir geschafft was imperator spinnen phobie kann ich verstehen aber ich finde dass das faszinierende geschöpfe sind ja aber nur wenn sie tot sind das ist völlig missverstanden so dann machen wir doch direkt weiter wie geht es jetzt hier weiter wollen wir mal die hier weiter spielen ja okay ich könnte jetzt direkt hier rein aber machen was du erst mal erst mal gucken wo die jetzt hier lang gehen ja was sie zuvor haben ach so klar nach minastirett würde ich mal schätzen ja oder ne noch nicht ganz was ist das hier ach das ist der rohrahn ja das weiß ich sogar ja aber man hat halt hier nur so ein bisschen was gesehen und dachte so was für ein turm also was machen wir mach du erst mal ich kann sogar langsam laufen reiten kann man ein bisschen die landschaft geliezen genießen ja das bild muss ich mir nachher angucken das ist viel zu klein jetzt in der ansicht hier mhm der nachteilmer ach der macht damit irgendwas dann hat die hand reingeschickt ich sehe dich Pippin Hilfe Gandalf wo ist das noch mal minastiret 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 saron moves to strike the city of minastiret they must be war they will be i ride for minastiret i won't be going alone rohan must be ready for war rohan will answer muster the rohirim assemble the army at dun harrow as many menace can be found we ride for gondor and gondor branch head effects show us the meaning of haste tja ja da sind die beiden dann getrennt getrennt ach das war's schon ja warte mal kann ich jetzt gar da wird ja gar nichts gemacht ok ach hier geht's dann weiter ah ja natürlich zu den toten soll ich zu den toten oder wollen wir bei dir weitermachen hm muss nicht machen wir bei mir mal wieder oder oder bei dir machen wir erstmal bei dir jetzt haben wir erstmal die ganze ganze flügel ja bei den toten das wird auch lang sein ja ich denke ja dann machen wir trotzdem das erst ach guck mal in dem bildschirm sammeln wir für die allgemeinheit wir sammeln sowieso die ganze zeit zusammen ja aber so dann gehen wir eben auch was machen die nochmal bei der geisterarmee ah ne das ist doch diese die rekrutieren ach die rekrutieren genau stimmt genau und eigentlich also in den in den filmen kriegt aragon ja hier dann sein schwert ähm anduil die flamme des westens aber in den büchern kriegt er das nimmt er das ja schon aus bruchthal mit das wird ja da schon neu geschmiedet das macht man ja auch bei hell der ringe online macht man das ja auch gibt so ein paar aufträge da die kommen dann bei mir sogar demnächst im live stream so so also das als nächstes ja ja ein bisschen wasser haben wir noch oh oh müssen wir gleich wasser holen solange wir es nicht lassen so wie war das nochmal der ewige kreis it's a circle of life die pferde werden bekloppt aber das sollte uns noch reichen ja machen ja nur noch eine halbe stunde er nimmt sein gras hat er es gerade gesagt leaf nicht wheat i take my leaf leaf ist doch gras ne leaf ist nicht gras doch leaf ist auch es wird anders geschrieben l e a f leaf ist blatt ja gut aber auch das kann man rauchen auch sich Das ist ehrlich. Ach, Aragorn kann jetzt wahrscheinlich diese Dinger mit dem Schwert kaputt machen. Ich dachte erst, es wäre Sauron, weil das halt diese Farbe halt hat. Cool, naja, lassen wir jetzt Bescheid. Und eigentlich gehen die Pferde in den Büchern zumindest auch mit. So, die Szene hier kennen wir ja aus die Rückkehr des Königs schon. Also auch aus dem Spiel. Das man sich übrigens auch mal angucken kann, wenn man es auch nicht kennt bei mir. Also ich habe noch nicht viele Herr-der-Ringe-Spiele, aber wenigstens ein paar habe ich schon. Auch wenn der Großteil nach Herr-der-Ringe-Online aussieht, was es ja auch ist. Achso, es geht tatsächlich nur mit zusammen. Hä? Da ist auch noch was. Ja, wieso kann ich da nicht langen? Das hier ist auch noch was. Wieso nehmen wir denn hier nichts mit, sag mal. Keine Ahnung. Scheiße. Kann ich nicht langen, dann musst du hin langen, dankbar. Achso. Achso, da bin ich eigentlich. Nein, nein, nein. Das geht auch nicht. Also ich habe hier keine Probleme. Die D mie entstehen. Die wurden getastet. Die waren getastet. Getastet? Ich habe das. So, du kannst genau nochmal die Dinger kaputt. Ah, du musst das machen. wieso macht er den denn jetzt nicht auf einmal? doch der schießt ja immer auf einmal ab da ist wieder was zum ausgraben hier basteln wir uns mal eine treppe genau der quallen geht ja dann machs gut was gut ist schön dass du dabei warst wir machen ja auch nur noch eine halbe stunde wegen also wir machen sich auch nicht mehr lang was ist denn jetzt hier los? musst du x drücken ja aber ich bin doch hier eben auch die ganze zeit lang gekommen du darfst dich jetzt entfernen hilfe kannst du ja mal in die hundeklappe gehen ja ok von dort komm ich ja ach so warte ich geh hier oben mal noch ein bisschen lang was soll das denn? hui wei okay so warte mal bevor wir jetzt hier lang gehen schon wieder? sind wir auf mich? ja ist da wieder so einer oder was? ja hey hm ok hier guck jetzt 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 ups ups wir haben sie jetzt hier nach so einer horrormusik eingebaut so so der refuse ist mal für 10 minuten weg hm ja dann hast du ja nicht mehr viel was übrig ist ne vom streamen ja was denn jetzt? so du bist denn wo? ich bin hier am skelett bearbeiten so hä? du hängst ja grad fest ne was müssen da weg gehen davon? ne ne ich häng ja nicht fest ich sehe dass das hier glitzert ach so ja ne kannst du da mit nem seil? hm ne hat auch keiner von uns hey so mal guckend ha 100 club down ja ach die paskelette hm hm lieber 100 oh Gott so wieso kriegst du das eigentlich auch? ich weiß es nicht das frag ich mich auch ich bin auch der Indie König noch nicht? ja aber fast hui so was geht hier? ah hui hier geht irgendwas? oh was weiß ich nicht hm ne doch nicht Hilfe da da wenn man da steht was passiert dann? ich weiß es nicht hat da kein Gimli wieder so der Imperator ist wieder da na 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 jetzt auch jetzt auch guck mal ob ich irgendwas machen kann in der Zeit ne ich schick dir jetzt was Achtung tch direkt daneben und hier geht es weiter ja und jetzt stell dir das Spiel mal mit zwölf Zwergen vor du musst dich alle Charaktere switchen jedem kannst du so eine andere Kleinigkeit geben für was er gut ist hm na gut warte mal jetzt noch mal hoch